Hallo, schön, dass ihr mal reingeschaut habt und ja, wir sind's Jan und Maxi und ja, in diesem Video machen wir folgendes. Das ist unsere erste Challenge-Videoshow. Ja, und eine Challenge, also jetzt für euch aufzuklären, also, wir machen verschiedene Sachen. Vielleicht kennt ihr es ja schon, was es für Sachen, die wir schon mal gemacht haben. Zum Beispiel Ei-gegen-Kopf schlagen, Sahneflasche trinken, Skateboard, Challenge oder sowas alles. Arten von Geschwistern nicht zu vergessen, wir machen noch viele Arten-Videos mehr für euch. Ja, Arten von Geschwistern auch, aber... Ich erzähle aber über alle Videos. Ich hatte jetzt aber eigentlich nur die Sachen gemeint, die wir machen. Ja, okay, schön. Auf jeden Fall Challenge. Ist heute das Thema. Challenge. Der Unterschied von der Challenge und das, was wir machen, ist, wir treten beide gegeneinander auf. Bei den Sachen, die wir machen, macht ja einfach jeder irgendeine Sache. Aber bei den Challenge treten wir gegeneinander auf. Und das Interessante an der Sache ist, der Verlierer, der wird natürlich auch bestraft. Und ich hab mir was ausgedacht. Das ist jetzt nichts von Challenge. Aber das sag ich schon mal, falls ihr euch drauf freuen könnt und immer wieder reinschaut. Ähm, bald kommt Dummer Junge Teil 1 raus. Und da mach ich dann irgendwelche dumme Sachen und tue so, als wenn ich irgendwie Plam Plam wär. So ein dummer Junge halt spiele. Ja, und dann gibt's davon auch noch irgendwann Teil 2 und Teil 3 und so weiter. Da machen wir noch ganz viele Fakten-Videos über alles, was es gibt. Schreibt's in den Kommentaren unten. Und ja, jetzt kommt erstmal die Challenge dran. Genau. Also, der Verlierer in der Challenge muss Gras essen. Genau. Er beißt ins Gras, kann man auch so sagen. So, und jetzt beginnen wir aber wirklich mit der Challenge.